Oh mein Gott, wie ist das, Leute? 1.000 verbotene Amazon-Produkte! Ja! Alter! Wow! Alter, was? Wow! Was? Alter! Oh mein Gott! Hey, Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Wie ist es, Leute? Einfach mal wieder mit Leon, die da am Start. Mein Mann! Und, Leute, oh mein Gott, Alter, ihr seht schon, wir haben einfach mal heute komplett übertrieben und haben die meisten verbotenen Amazon-Produkte aller Zeiten in einem Video drin. Und ich würde sagen, Leute, Leonzin, wie viele Likes sollen die Leute auf diesem Video dalassen, dafür, dass wir so viele Produkte haben? 50.000 Likes! Okay, Leute, 50.000 Likes und natürlich kostenloses Abo. Wir sind ganz kurz vor den 2 Millionen Abonnenten, Leute. Helft alle zu den 2 Millionen Abonnenten. Okay, Leonzin, dann such dir mal das erste Paket aus. Dieses sieht spannend. Oh! Das hier, ist das schwer? Das ist richtig schwer. Zeig mal kurz. Ey, warte mal, ey, warte mal kurz, Leonzin. Stopp! Was ist, wenn da Glas drin ist? Und bevor es losgeht, denkt an den 24-Stunden-Stream. Dieser Samstag ab 9 Uhr bin ich 24 Stunden mit Broadstars live. Es werden richtig krasse Sachen im Stream passieren. Let's go! Ey, warte mal, da kann doch alles mögliche drin sein, Leonzin. Dann gib mir die Schere. Aber bitte vorsichtig, ja? Ey, nicht so reinstechen, weil dann kann es sein, dass du es kaputt machst. Nee, Leonzin, jetzt. Okay, jetzt. Nein, nein, nein. Hallo, stopp. So, Leonzin, du hältst jetzt mal kurz die Kamera. Also, Leute, wir haben hier auf jeden Fall eine Seifenblasenflasche. Weil, Leonzin, das gehört zu einem richtig krassen anderen Produkt, was gleich kommt. Okay? Hast du schon mal eine Idee vielleicht? Nö. Okay, Leute, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu dem Produkt, was dazu gehört. Bro, das ist einfach für Leonzin, das ist Kampfkunst hier. Oh mein Gott, was ist das? Alter! Oh, hier ist diese Seifenblasenpistole, von der wir geredet haben, Leonzin. Stimmt. Alter, okay, zeig dir erstmal kurz die Verpackung. Leute, das ist eine Electric Bubble Gun Maschine. Ihr seht schon, wie viele da rauskommen von diesen Seifenblasen. Ich würde sagen... Ey, du hast so eine pinke geholt. Ah, Leute, das sind sogar so... Alloy, die ist pink. Ich wusste gar nicht, dass da auch schon Seifenblasen drin sind. Also Wasser dafür. Alter, Bro, die krank. Nee, das sind viel zu viel, sag ich dir. Digga, ist das krank. Leute, das ist natürlich deswegen verboten, weil Eltern haben sich da bei diesem Produkt beschwert, weil da halt alles in der Wohnung mit Seife voll ist. Das machen wir aber nur draußen, Leonzin. Das machen wir nicht hier drin. Okay, Leonzin, schau mal. Das muss jetzt hier so reingetunkt werden, meintest du, ne? Ja. Also, Watt, mach auch nochmal so hoch und runter so ein paar Mal, dass da wirklich sehr viel Seife dran ist. Okay, ey, jetzt bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert. Drei, zwei, eins. Wow! Was? Alter! Digga, guck mal, das sind so... Alter, sind das heftige Seifenblasen, Digga. Wow, Bro, das sieht ja so krank aus. Ey, ich schau mal. Digga, guck mal, das sind... Leute, ihr denkt, das ist Schaum, aber das sind ganz viele Mini-Seifenblasen auf einmal. Ich mach nochmal. Alter, ja, mach nochmal. Ey, Digga, das ist ja so geil, ey, das ist 10 von 10, das Produkt. Leute, schaut mal, hier sind immer noch diese Seifenblasen, einfach so random. Wow, was ist das so eine Schlange? Alter, das ist einfach so eine Schlange. Alter! Oh mein Gott, ist das krank. Ey, sag ehrlich, Leontien, von 1 bis 10 das Produkt. 10 von 10, Digga. Digga, ich will auch mal. 2, 2, 1. Wow! Alter! Wow! Wow, schau mal! Alter! Ey, sag ehrlich, Leontien. Nochmal! Nochmal. Wow! Digga, das ist so geil, das macht so Spaß. Wow! Wow! So, Leontien, ich würde sagen... Okay. Ey, warte mal kurz. Hallo, Leontien. Ey, die Sachen können kaputt gehen. Wie du die Pakete öffnest, ist das nicht mehr normal, sage ich dir, ey. Oh mein Gott. Nein! Was ist das denn? Hä? Feierstopp? Alter, weißt du, was das ist? Ja. Das ist ein riesen Feuerlöschball. Ey, Leute, das ist ein Produkt, was wirklich auf Amazon so krass verboten wurde. Guck mal, du siehst doch hier dieses Feuerlöschsymbol. Ja, und was macht das? Und wenn irgendwo ein Feuer brennt, dann wirfst du da diesen Ball drauf und dann kommt da so eine riesen Rauchexplosion. Wie meinst du Rauchexplosion? Also mit Feuerlöschstaub. Macht's bumm? Ja, ja. Bumm, bumm, bumm? Bumm, bumm, bumm. Also, Leute, dieses Produkt ist ein bisschen gefährlicher, das heißt, ich muss das gleich testen. Das ist auch ab 18, soweit ich weiß. Das machen wir gleich, Leute. Ihr seht's dann eingeschnitten. Das heißt, wir gehen jetzt irgendwo ganz, ganz weit weg, wo auch keine Menschen sind. Und dann testen wir die, okay? Ey, aber wie laut macht's bumm? Ne, nicht laut. Also, Leute, das nächste teste ich hier erstmal alleine. Ihr seht schon, hier hab ich so ein kleines Grillfeuer gemacht. Nichts gefährliches, das ist Firestop. Man muss das entweder in die Flamme, dann drei Sekunden oder halt in die Flamme rollen. Ich werd das jetzt vorsichtig hier ranrollen. Leute, eigentlich müsste der sich gleich öffnen. Also, Leute, irgendwie öffnet sich dieser Ball einfach nicht. Was soll ich sagen, ey? Also, Leute, es hat leider nicht geklappt. Feuerball hat nicht funktioniert. Ihr seht jetzt mal aber, wie es eigentlich aussehen sollte. So, Leontien, dann komm mal jetzt zum nächsten Paket, würde ich sagen. Ich möchte dieses aufmachen. Dieses Paket. Ja, okay, Leontien. Oh mein Gott. Hä? Was ist das denn? Hä, lol? Ah, lol. Okay, Leute, ihr seht das. Das ist hier so schon die Zeit von dem Produkt. Mach auf, mach auf. Ja, sofort. Leute, das ist tatsächlich auch ein Produkt, was halt wirklich ein bisschen random ist. Es ist sehr, sehr random, okay? Oh mein Gott, Leute. Und zwar, was wir hier haben, ist eine unendliche Ballspirale. Und zwar, man legt gleich, Leute, hier oben die Bälle rein. Dann werden die hier hochkatapultiert und es ist eine unendliche Spirale. Wow! Okay, Leute, also, wir brauchen dafür eine Schofahrzeugung. Bevor du anfängst, wir müssen, glaube ich, erst mal den Anschalter dann noch gleich aktivieren. So, es ist jetzt im Strom drin. Okay, nee, scheint einfach so an zu sein. Ich würde sagen, bist du bereit? Ja. Okay, komm, jetzt mach mal einen rein. Wow! Wow! Alter, was? Was ist das denn? Wow! Oh mein Gott. Leute, schaut mal. Ey, das ist, ey, Digga, das ist so satisfying, oder? Schau mal, das ist dieser Moment. Oh mein Gott, dieser Moment, Leute. Oh, ich würde sagen, ganz vorsichtig die zweite Kugel adden. Nein! Ey, das ist das unnötigste Produkt aller Zeiten, aber es ist irgendwie geil. Alter! Ey, ich könnte da den ganzen Tag zugucken, ich bin ehrlich mit euch. Schau. Okay, Leute, das nächste Amazon-Produkt ist verboten, weil man jeden Menschen auf dieser Erde als Kissen anfertigen kann. Und zwar... Guckt euch das mal an! Ey, aber Lukas! Das bin einfach ich, Digga. Lukas, wir haben was falsch gemacht. Hä, was denn? Du bist ein Fettsack. Hä? Ey, was soll das denn jetzt heißen? Ja, du isst doch immer... Hey, immer Burger-Pommes. Aber guck mal, ich hab hier richtig Sixpack und Muskeln. Ja, aber das brauchst du nicht. Ey, Alter. Oh mein Gott. Ey, der ist ja richtig geil. Warte hier. Zeig mal kurz. Nimm mal kurz. Ey, Alter, was machst du? Digga, das bin ich, Leontien. Ey, Alter, oha. Junge. Lukas? Ja. Warte, schau mal. Ey. Ey, nein, nein, nein. Ey, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Digga, das bin ich, Leontien, bitte. Bitte. Ah! Ah, nein. Ey, hast du so einen Hass gegen mich? Ich bin doch Burger-Pommes-Bruder. Ja, okay. Komm, das Reis. Ich hab schon genug gelitten hier. Nein. Ey, du nimmst die Wolle aus mir raus. Nein. Okay, Leontien, ganz vorsichtig. Guck mal, hier ist ein Warnsymbol. Okay, jetzt ist die Frage. Was ist das denn? Hä? Hier, nimm mal. Oh mein Gott, das ist ein Massierer. Dann muss man sich nicht mehr massieren lassen von anderen. Was macht das Ding für einen selbst? Läu. Oh mein Gott. Ey, warte, ganz vorsichtig rausholen. Ey, willst du mich eigentlich verarschen? Was denn? Hast du das einfach nur geholt, dass du dich massieren kannst? Ah, wer weiß. Aber du darfst als erstes Leontien, okay? Wieso ist das verboten? Das werden wir gleich erfahren. Alter. Oh mein Gott, Leute, schaut mal, wie sich das hier bewegt. Alter, Leute, das bewegt sich hier so ein Massierer-Leontien. Ey, sag ehrlich, wie ist das? Oh. Alter, ist das schön. Ja. Ich sag's dir. Ey, das ist so schön. Ey, Leute, das, also das, Leontien übrigens, weiß wie viel das gekostet hat. Über 100 Euro. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Oh mein Gott. Ey. Schließt du ein? Oh, Digga, ist das nice. Mmh. Ja, Leontien war ein schöner Aufnahmetag, ne? Ja. Wir sehen uns später wieder. Ah, ja, okay. Oh, dieses hört sich gut an. Okay, ich würd sagen, auch hier. Oh, Lukas. Ey, warte mal, vielleicht hat das 1.000 Euro gekostet, Junge. Okay, warte mal. Oh mein Gott. Hä, was ist das denn? Das wollte ich schon immer mal haben. Was ist das? Zeig mal. Zeig erst mal in die Kamera, was das ist. Achtung. So. LOL, ein Mini-Retro-Automat. Cool. LOL. Warte, schau mal, warte. Ach, das ist eine Folie, das Display. Ja. Digga, es lacht der Erste, das ist einfach nur so zum Hinstellen. Aber Leute, das scheint eine richtige Spielekonsole zu sein. Warte, schau mal. LOL. Zeig mal kurz erst mal. Leute, WTF. Okay, ich würd sagen, Leontien. Alter, hier sind so verschiedene Mini-Spiele drauf. Digga, ist das los. Das ist so eine Mini-Spiele-Konsole halt, Leute, ne? Bam. Ja, genau, perfekt. Ja, okay. Auf zum nächsten Produkt. Unpassbar, Mann. Ja! Ja! Zeig mal. Ice-Maker. Nee, das ist kein Ice-Maker. Das ist eine Slush-Maschine. Leute, da kann man aus jedem Getränk Slush machen, Leontien. Ey, aber ich weiß es. Das hab ich selber zu Hause. Ach, krass. Da muss man so da drücken und dann wird es zu Eis. Wir packen das jetzt mal zusammen in die Gefriertruhe, Leute. Zeig das mal noch. Man muss das ja hier so ein bisschen sehen. Alter, das fühlt sich ja richtig komisch an. Nur den Löffel hab ich leider verloren. Ja. Dann, Leute, wir gehen das. Wir machen das jetzt mal zusammen in die Tiefkühltruhe. Und wenn das dann gefroren ist, das werdet ihr später sehen, machen wir dann einen Slush. Okay, Leute. Wir kommen auf jeden Fall jetzt zum nächsten Produkt. Das ist einfach hier so ein komischer Karton. Nee, und den musst du gar nicht aufreißen. Den musst du einfach nur aufklappen. Was ist das denn? Zeig mal kurz. Bro, ist das eine echte Hand? Eine Silikonhand. Oh, was? Zeig mal. Oh, lol. Alter, WTF, die fühlt sich geisteskrank echt an. Guck mal, das ist einfach so eine Frauenhand irgendwie, ne? Guck mal, mit so Gelnägeln auch so richtig. Und man kann diese Finger, Alter, man kann diese Finger einfach so bewegen, wie man will. Finger. Sag, ey, findest du das gruselig oder ist das nice? Nee. Ey, das war mir so klar. Ich hätte auch sofort Mittelfinger gemacht. Ey, Leute, ich sage euch ehrlich, die fühlt sich. Guck mal, wenn man die so anfasst, das fühlt sich echt wie eine Hand an, oder? Tegak, Alter, das sieht so echt aus. Wenn ich jetzt Augen zu, dann hätte ich das wirklich gedacht. Leute, aber eine Sache solltet ihr unbedingt machen beim Video. Einen Daumen nach oben da lassen. Let's go. Und damit zum nächsten Produkt. Leontien, würde ich sagen. Oh, okay. So, jetzt lass mal gucken hier zusammen. Warte, warte, ganz, freut ich dich. Cool! Was ist das denn? Das kann man so hinschmeißen und dann kommt das wieder zu dir. Lass mal damit nicht hier drin machen, sonst geht das irgendwie auf die Kamera. So, Leontien, also, hier haben wir das Gerät. Und wie gesagt, ich habe es dir schon erklärt, dieses ab muss oben sein. Also, man muss das so werfen, dass es, glaube ich, oben bleibt. Okay. Ich würde sagen... Drei, zwei, eins! Heißt du mal? Drei! Film mal so richtig. Zwei, eins! Oh mein Gott, es kommt! Ich will auch! Okay, hast du gesehen? Also, einfach so werfen, dass ab oben bleibt. Oh, haha, Digga! Oh, genau so nicht, Leontien! Aber du hast doch gesagt, da oben! Ja, du hast, glaube ich, ein bisschen zu weit geworfen. Oh, tut mir lautet. Alles gut. Okay, Leontien, ich würde sagen... Oh, es rasselt schon so ein bisschen. Was ist das denn? Shining Glasses? Lol, das ist eine Brille! Hä? Oh mein Gott, okay. Und hier ist noch was drin, glaube ich. Oh mein Gott! Das sind diese Orbeez, kennst du die? Ja! Nein, nein, warte! Ey, das sind ganz viele Leontien. Die müssen wir ganz vorsichtig benutzen. Eine Million! Ja, weil... Ich glaube, das sind 50.000, steht hier sogar, Leontien. Aber wenn... Bevor man die öffnet, ne? Ganz wichtig, Leute. Da muss man sehr vorsichtig mit sein, weil eine davon wird gleich irgendwie so fett. Ich glaube, das machen wir auf jeden Fall gleich, das Experiment. Aber erstmal würde ich sagen, die Brille. Ah! So, also Leute, wir haben hier... Und ich würde sagen, setzt erst mal auf, wie sieht die jetzt erst mal so aus. Alter! Ultra fresh, Leontien. Ich sag dir ehrlich, siehst du was? Ja, so grün. Ah, du siehst sogar was. Krass. Ich würde sagen, jetzt schalten wir die Brille als nächstes einfach mal an und gucken, was die kann. Kann die nicht so auch irgendwas? Doch! Loll, zieh mal auf. Oh mein Gott. Warte mal, ich wechsle hier so ein paar Dinger für dich. Wir gucken mal, was das coolste ist. Einer, du bist so doller, du hast jetzt so doller Augen. Doller Augen. Geil. Warte, nimm du mal, dann siehst du das, wie die mal aussieht. Ich finde die schon fresh. Und da sieht man, was du nicht, oder? Ja. Ah, Loll, man sieht sogar was. Sag mal, was habe ich jetzt? Loll, du hast so feine. Ey, das ist so geil für so eine Party, ne? So kann man so mit dieser LED-Brille so updancen, Alter. Keine Ahnung. Okay, Leute, ist eine geile Sache. Und jetzt haben wir die Orbeez. Ganz wichtig, Leontien. Wasser! Nee, wir brauchen noch ein Gefäß. Und wir müssen wirklich vorsichtig sein, sonst haben wir hier eine Riesensauerei. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir was Geeignetes finden. Okay, Leontien, wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein Gefäß mit Wasser. Ihr seht, wie klein diese Kugeln sind. Ich würde sagen, warte ganz vorsichtig, dass nichts daneben gibt. Sag dir, wenn ich stopp. Genau. Du kannst schon mal auf jeden Fall ein bisschen was reinmachen. Ja, mach mal noch mal ein bisschen. Na, komm, mach noch mal ordentlich hier. Alter, Leute, ihr seht jetzt, wie die aktuell aussehen. Und Leontien, das Krasse ist, die werden gleich richtig fett groß. Also, Leute, ich denke so ein bis zwei Stunden. Leute, ihr werdet es dann auf jeden Fall gleich sehen. Und ich bin mal gespannt. Also, bis gleich. So, Leute, let's go. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier nochmal einige Sachen. Oh. Was ist das? Achtung, vorsichtig, vorsichtig. Hä? Was ist das denn, Digga? Okay, ich glaube, Leute, wir müssen das erst mal nur an einer Hand testen. Alter, Digga. Bro, du hast jetzt so eine verlängerte Hand einfach. Wie fühlt sich das an? Ey, irgendwie schon komisch. Was? Ah! Oh, Alter, ich habe mich richtig erschrocken, ey. Oh mein Gott, Leontien. Oh, du hast die Macht, Alter. Oh, ups. Okay, nimm mal jetzt die nächste Sache hier. Nein. Junge, das ist einfach ein Chicken-Nagel-Schlüssel-Anhänger. Leontien, weil ich dachte, du magst so gerne, du magst es auch so gerne Chicken-Nagels bei McDonalds. Und deswegen kriegst du einen Chicken-Nagels-Schlüssel-Anhänger von mir. Können wir bitte nach McDonalds? Warte, hol mal das, ja genau, das nächste raus, das geht, glaube ich. Hä? Oh mein Gott. Nein, ja, ja. Weißt du noch den Affen? Ja, die sind Affen, ne? Leute, das ist, glaube ich, so ein durchsichtiger, unzerstörbarer Affe. Ja! Warte, zeig doch erst mal die Kamera. Alter, fühlt der sich geil an. Bruder. Warte, nein, nein, Lukas. Ey, du hast mich Marvin genannt. Schau mal, der geht gar nicht. Kaputt? Alter. Lol! Ey, der fühlt sich richtig nice an, ohne Witz. Ich finde es auch geil, dass er so durchsichtig ist, gell? Aber ich glaube, deine Mutter hat mir erzählt, du hast es geschafft, den anderen kaputt zu machen, Leontien, ne? Ja. Dann, aber weiter geht's, würde ich sagen. Let's go. Alter, dann kommen wir jetzt zu dem größten aufblasbaren Ball der Welt, Leontien. Was? Ihr seht schon, 200 Zentimeter hat der. Also zwei Meter. Und, Digga, das ist halt next level, Leute. Das müssen wir natürlich auch draußen austesten, weißt du? Wirklich? Ja, ja, hier drinnen ist kein Platz dafür. Das ist zu groß. Alter, Leontien, schau dir mal an, wie lang dieser Ball einfach schon ist. Und ich würde sagen, du hältst mal fest hier die Kamera und ich puste auf. Und zwar, Leute, ich habe hier extra so einen elektrischen Aufpuster besorgt. Ich habe eine richtig gute Idee. Was? Sollen wir den platzen lassen? Ja, okay, lass machen. Ey, lass den gleich so richtig groß machen und dann lassen wir den platzen. Oh mein Gott, Leute. Warte, ich muss das hier mal so von außen filmen. Haha, hier ist der groß. Wow. Warte, stell dich nur mal als Größenvergleich mal daneben, dass man das so sieht, Leute. Leute, das, Leontien, wie groß bist du? Ich weiß nicht, 1,30 Meter. 1,30 Meter, Leute, das ist der größte Ball der Welt. Wir lassen den jetzt platzen, oder? Warte, ich mache das. Oh, Digga, guckt euch das mal an, ey. Lol, Leute, das ist das Innere vom Ball. Digga, ich finde den schon krass, ehrlich, den Ball, ne? Okay, Leute, sehr geiles Produkt. Kommen wir zum nächsten. Okay, Leon, wir haben jetzt nächstes einfach mal einen Mini-Greifautomaten, Digga. Lol. Oh mein Gott. Junge. Oh mein Gott. Ey, Leute, schaut mal, was hier für fette Batterien reinkommen müssen. Die habe ich gar nicht da tatsächlich. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt kaufen. Und ihr seht gleich jetzt mal einen Ausschnitt, wenn wir den fertig aufgebaut haben und du den ausprobierst. Let's go. Oh mein Gott, Leute, schaut mal, Leontien hat ihren richtig krassen Greifautomat mit richtig viel Geld drin. 500er, 100er, 200er, alles Mögliche. Und er greift. Was? Welchen hast du? Oh mein Gott, wie viel Geld hat er? Zeig dir das. Und es sind? 50. 50 Euro. Okay, Leute, als nächstes haben wir hier so einen Schuhautomatischer, ja, also so eine Tüte um den Schuhmaschine. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, um ehrlich zu sein. Alter, das ist so lost, dieses Produkt. Und zwar, Leontien, das ist sehr gut, wenn man mal ab und zu in die Hundekacke tritt. Kennst du das Problem? Ja. Leute, Leontien ist letztens zweimal in Hundekacke getreten und dann in mein Auto gestiegen und in meine Wohnung. Alles war voll mit Hundekacke. Und deswegen habe ich dieses verboten Amazon-Produkt jetzt bestellt. Leute, und zwar, wir müssen das noch ein bisschen aufbauen. Und zwar, es wird dann gleich so funktionieren. Scheiße. Man tritt mit dem Schuh rein, kriegt automatisch diese Tüte um den Schuh und kann dann mit der Schuhtüte rausgehen. Kann man auch barfuß machen, wie ihr seht, das hier, oder mit anderen Schuhen. Und ja, dadurch tut man dann eben... Komm, wir machen das einmal. Ja, ja, also wir bauen das jetzt einmal auf und bis gleich. Also Leute, so ist es jetzt fertig aufgebaut. Ich würde sagen, wir machen, wir tragen es direkt mal hier zum Eingang. Und jetzt gibt es den Praxistest. Okay, ich hoffe erstmal, grundsätzlich meine Schuhgröße passt gerade so. Ja, ich habe 45. Nicht reintreten, nur halten. Ja, genau. Bei dir wird es ein bisschen schwieriger. Nein, es passt perfekt. Okay. Und Leute, es funktioniert jetzt folgendermaßen. Also wofür ist dieses Produkt gedacht? Man kommt von draußen, tritt rein und hat direkt die Tüten um den Schuh. Ich würde sagen, Leonzin, ganz wichtig... Man geht raus und dann, dass man nicht in Hundescheiße tritt. Ja, oder so, das kann man auch machen. Aber eigentlich ist das dafür für Innenräume gedacht. Weil man hat ja schmutzige Schuhe von draußen. Und dass man innen nichts dreckig macht. Nein. Doch. Praxistest. Und... Ich habe es zweimal gemacht, aus Versehen. Warte. Warte, 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 warte. Müssen wir jetzt noch wieder einhängen hier. Okay. Leonzin, jetzt bist du dran. Ja, okay. Bei dir funktioniert das nicht 100%. Aber, ne, heb mal raus. Und boom. Meine neuen Nikes. Ja, ja. Meine neuen Nikes. Komm, wir gehen jetzt raus. Warte, ich mache mir noch den anderen Schuh. Alter, jetzt hat es perfekt geklappt. Du musst so ein bisschen stärker drücken, weißt du? Einfach so. Zack. Drücken. Und raus. Oh mein Gott. Tiger, perfekt. Leute, schaut euch unsere Schuhe an. Also, Leonzin, richtig fresh hier unterwegs. Ich genauso. Und jetzt kann man hier ohne Probleme in den Matsch. Und kriegt keine dreckigen Schuhe. Laut dir ist es ja genau dafür gedacht, Leute. Wieso wegen mir? Okay, Leute. Leonzin reagiert jetzt auf die fertigen Hobbies. Hobbies. Alter. Bruder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das fühlt sich so geil an. Also, Leute, man muss sagen, die werden eigentlich noch größer. Aber wir haben zu wenig Wasser gehabt. Also, wir hätten ein bisschen weniger reinmachen müssen. Ihr seht schon, es ist gar kein Wasser mehr übrig. Alles voller Hobbies. Ich sage dir ehrlich, das ist so eine Massage, wenn man so reintunkt, ne? Okay, Leute. Das war es auf jeden Fall mit dem Video. Lasst einen fetten Like, da kostet das Abo. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.